und Robin. Man hat bei dem Projekt schon gesehen, das Thema oder Teamwork wird bei Jugendhackt großgeschrieben. Auch im dritten Projekt hat sich ein einzigartiges Team zusammengefunden, bestehend aus Fabian, Fabio und Max. Mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen hat es diese Gruppe geschafft, sich im Projekt Simple Chat sozusagen wiederzufinden und das ist es, worum es auch bei Jugendhackt Österreich geht, nämlich mit Spaß an der Sache sein und coole, erfolgreiche Projekte zu machen. Bitte. Also unser Projekt trägt den Namen Simple Chat. Simple Chat ist dafür gebaut, eine eigene gehostete Simple Chat Applikation zu sein, die man selber verwenden kann und so, dass man es selber in Kontrolle seiner Daten bleibt. Weil bei den meisten herkömmlichen Chat Applikationen werden eure Daten an einem zentralen Server abgeschickt und dann wisst ihr nie, was damit passiert, wo sie gespeichert sind oder wer Kontrolle über sie hat. Deswegen sind wir in dieses Projekt eingegangen, sodass jeder über seine eigenen Daten Kontrolle hat. Und jetzt würde ich gerne an Fabian und Fabio weitergeben, die über das Frontend vom Chat reden werden. Fabian und ich gehen gemeinsam in die halbe Stär, wo wir von unserem Professor Thomas Hanschmidt über ein Poster zur Jugendhekt gestoßen sind. Ich und Fabian waren bis gestern in der Früh noch komplette Anfänger in dem, was Kohn betrifft. Gestern haben wir auch hauptsächlich nur mit HTML und CSS gearbeitet. Doch bevor wir überhaupt zu diesem Konzept gekommen sind, das Sie im Hintergrund bereits erkennen können, haben unsere Mentoren Calvin und Hansi uns erstmal eine Einstellung gegeben. Bis Datum waren wir noch, wie Fabio schon erwähnt hat, komplette Anfänger in Programmieren und der HTML-Sprache. Doch dank unseren Mentoren war das schlussendlich eigentlich doch nicht mehr so schwer, wie es am Anfang ausgesehen hatte. Ja genau. Unsere Chat-App, wie Max schon erwähnt hat, er hat sich um das Backend gekümmert und ich und Fabio über das Frontend. Also wir kümmern uns mal darum, wie unsere Nachrichten aussehen, wenn wir sie wegschicken, wie unser Design-Button aussieht, also der Senden-Knopf. Und wir haben jetzt für Sie auch noch ein Video gemacht, dass die App auch wirklich funktioniert. Das ist ja alles schön und gut, aber warum funktioniert diese App auch? Das ist wegen dem Backend und das wird jetzt Max genauer erklären. Also erstmal danke Fabian für die Präsentation über das Frontend. Jetzt würde ich gerne über das Backend ein bisschen reden, über wie es funktioniert. Also hier im Hintergrund können wir ein bisschen vom Code sehen, der das Ganze zum Funktionieren machen und ja, ich weiß, es ist rot, es denkt, es gibt einen Error, gibt es aber nicht. Also das Backend hat fünf Hauptmethoden, die es erlaubt zu funktionieren. Eine Methode ist wie ein Stück Code, der oftmals verwendet wird, also packt man ihn anders ein. Es gibt drei für die Nachrichten, eines für neue Nachrichten, wenn eine neue Nachricht abgeschickt wird. Diese speichert sie dann in die Datenbank. Dann eines für das Löschen von Nachrichten. Diese kontrolliert, ob der Benutzer, der die Nachricht löschen will, der gleiche ist, der die Nachricht abgeschickt hat. Und dann gibt es noch eine Nachrichtenmethode. Diese kümmert sich um das Listen aller Methoden, über Listen aller Nachrichten. Dann gibt es noch zwei für die Benutzer, das Login- und Registrationssystem. Das ist ziemlich eindeutig. Also ich werde jetzt noch kurz eingehen in die Technologien, die wir verwendet haben. Die Programmiersprache, die wir hauptsächlich verwendet haben, ist PHP. Also das ist eine Serversite-Sprache, also eine Sprache, die auf dem Server läuft, die hauptsächlich für Webentwicklung verwendet wird. Außerdem haben wir noch JavaScript verwendet, um mit dem PHP Interface zu, also mit dem PHP zu steuern. Ja, das war es fürs Backend. Und zum Schluss würde ich noch ein großes Dankeschön an unsere Mentoren Calvin und Hansi abgeben, die uns ermöglicht haben, dieses tolle Projekt zu finalisieren. Also danke. Vielen Dank.